hallo und willkommen zur sieben tage challenge die ich euch versprochen habe das heißt ihr bekommt jeden tag von mir eine kleine aufgabe die euch helfen soll zum einen ein bisschen zu überlegen nachzudenken und auch dafür sorgen kann dass dein tag ein stück schöner wird hier also deine aufgabe für montag wenn du unterwegs bist dann lächle heute mal jemanden an den du nicht kennst und vor allen dingen der dir vielleicht mit einem etwas grimmigeren gesicht entgegenkommt oder bei dem du merkst der ist gestresst das kann jemand sein der dir auf der straße begegnet das kann aber auch einfach mal die kassiererin im supermarkt sein vielleicht nimmst du mal die bedienung im restaurant bewusst war schaust dir in die augen und schenkst dir ein lächeln ja versuch mal ganz bewusst jemanden anzuschauen und ihm dein lächeln zu schenken